Musik Hallo Leute und wir spielen hier Supercard Racer mit It's Alex PVPS startet auch gleich Geil Alter Ja ich kenne schon Supercard Racers seit Mittwoch Go 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 Da konnte ich erst Ich bin ein bisschen schlecht da drin aber Da konnte ich nur gerade eine Runde spielen Fireball Uh Inlegt Hör auf Seid doch mal einfach ruhig Da konnte ich nur eine Runde spielen weil ich nicht mehr so viel Internet hatte Und jetzt ist das der lange Weg Scheiße Ich bin gerade richtig gut Ich habe das glaub ich gerade Gut schon ich weiß es nicht Aber ich bin gerade ähm Ich habe den langen Weg genommen ne Ich habe den langen Weg Ah ich habe dich auch gerade gesehen Komm Hey weh 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 Als auch da eine Bombe war ne Andersherum Das ist halt richtig scheiße hier gemacht Ich finde den Strom Das sieht man nicht Na schlum Windig Sag einfach mal ruhig Du sag kommentierst einfach immer alles was du hast Ich finde das richtig geil Das ist jedem Egal Auf YouTube Auch danke für einen Boost Bitte Titte Okay ähm Eigentlich bin ich ja super gut Aber die Map habe ich noch nie gespielt Und ähm Ja Supercard Races ist einfach übrigens geil Mittwoch konnte ich gerade nur noch eine Eine Runde mal machen So von Supercard Races Darum konnte ich das auch nicht aufnehmen Darum konnte ich das auch nicht aufnehmen Und Donnerstag Da kam ich gerade verschwimmen Da hatte ich gerade keinen Bock Und Oh Knapp Warum bin ich jetzt wieder in Die Perspektive gekommen Aber ich bin eigentlich trotzdem LOL Wie schlecht die alle sind Ich bin Dritter Und dabei Habe ich so schlecht gestartet LOL Ich hupe mit Tapp Mit Tapp Was? Mit Tapp Mann Acht Und nochmal Und Ich bin Erster Okay LOL Der Also ich bin schneller als meine Oh Ich bin in meine eigene Banane Nein In meinen eigenen Firebowl Als ob da ne Bombe war Das ist Firebowl Wenn ich zähle einfach ruhig Das ist nicht mal ein Firebowl Das ist ne Fireflower Das ist halt richtig scheiße gemacht Ne Dass man die Sachen die auf den Boden liegen Solche Bomben Die sieht man gar nicht Das ist scheiße Ah Ich Ich pack hier fest einfach Jetzt bin ich deswegen wieder Vierter Zehnter Und nur so schlecht ist die Firebowl Leider Äh Fireflower Ich hab irgendwie verwirrt mich von damit hier so Titi Oh LOL Als ob ich da noch hochfliege Noch immer ne Sag mir jetzt nicht Doch ich bin siebter Ich lass das gerade Alter ich bin achter gerade Nein Ich bin neunter Und ich würde auch empfehlen In F5 Perspektive zu spielen Nein würdest du nicht Oh Junge Warum bin ich jetzt schnell Ich glaub ich hab den langen Weg genommen Ich bin Fünfter Ich seh dich Ich überhole dich gleich Oh doch ne Ich werd eher Warum bin ich so nass? Welcome to terrible Terrible Car Racers Oh da fliegt ne Banane Boah ich schaff diese Einfach durch nem Kopf durch Oh ich seh dich Ich bin direkt hinter dir Ich hab Stern Ich auch Und ich fall unten drunter Genau Boah Das bin ich nicht Ich bin vierter Alter Ich hab ich schlecht Ich bin achter Hä warum sind die alle so schnell? Frag mich nicht Ist bei mir auch gerade Und? Oh Habs Ich bin siebter Ja ich hab nen goldenmarsch Wum Ich bin fünfter Hä als ob ne Kümmerkette Und Hey das Tetris Musik Läuft bei denen Ich bin vierter Stern Geil Und ich überhole ihn trotzdem nicht Ja ich bin erster Warum bin ich jetzt schon wieder achter? Okay ich bin siebter Gut jetzt läuft's gut Gerade bei mir Boah ich krieg die Take it delete Okay Ah ich hab ihn getroffen Und vor allem den Bananenschale Ja nice Als ob ne Lang wird's Ich muss auch sagen Ich bin nicht Gerade der Beste hier drin Oh fuck Ja nice Meins Oh Gott Als ob mir dir dieser Pilz gerade nichts gebracht hat Ne Ah ich bin auch immer dritter Das wird sch- Hä Ich wär dritter Ich wär dritter Und jetzt bin ich sogar noch in Bananen gefahren Ich bin sechs da Das gibt's nicht Bananen alter Jetzt bin ich vierter Ne Das lass Das lass mir jetzt nicht wieder nehmen Ah ich seh dich Ich seh dich Ich seh dich Hä Ich hab dich überholt Ich bin fünfter Als ob ne Als ob ne Warum sind die so schnell gewesen? Ich hab's geschafft Oh mein Gott Das gibt's nicht Ja okay dann mach Mach grad noch ne Runde Dann sehen wir uns in der nächsten Runde Also ich warte noch Go Wuuu Ich würde mal mit F1 dann spielen Also F1 geht ja auch F1 spielen Ne also F1 ist das nicht süß Ah stimmt Dann siehst du ja nicht die Eifelste Oh Und der erste hat einen Pokal Der zweite hat einen Silberpokal Der dritte Ne 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 Wie kommst du drauf? Wir sehen uns in der nächsten Runde Und da sind wir wieder So und jetzt sind wir wieder In der nächsten Runde Rrrrndee Rrrrndee Von Super do Ähm Ich bin in der hintersten Oh du Oh ne Ich open mal Ready Ich bin das Erste. Go, glaub ich kommt jetzt. Keine Ahnung. Go! Ich geb den Bus. Oh ne, doch nicht. Wuuuh! Die Maps sind richtig geil, muss ich auch sagen. Und ich bin Zwutter. Und ich würde empfehlen ein... Was? Warum rutsch ich denn jetzt so? Als ob ich jetzt Zehnter bin, ne? Ich bin so gerutscht, da war nicht mal ne Banane. Und jetzt flieg ich hoch! Das nervt manchmal echt schon, muss man sagen. Genau, da hat jemand Stern. Also, äh... Ich würde empfehlen, das Texture Pack zu holen davon. Also, das wird dann ja gesagt. Willst du das? Im Ernst? Willst du dir das jetzt holen? Hallo Banane. Hi! Und da musst du ja drücken, sonst siehst du ja überall Wasser, weil du in einem Boot bist. Jetzt habe ich Stern. Wer schreibt mir da? Boah, ich... Wer schreibt mir da? Ich kann grad nicht gucken, bin in der Aufnahme, du Hure. Nein. Welcome to Turbocard Raceros. Das heißt noch immer Turbocard Raceros. Boah, ich glaube, ich habe mich grad hier verirrt. Kannst du nicht. Oh mein Gott, ich bin Dritter. Der Alex schreibt mir grad. Nö. Leck mich doch, dieses behinderte Kind, Alter. Boah, er ruft mich grad an. Dich nur rum, das ist schon scheiße. Boah, Junge... Ich weiß, dass der Alex diese Aufnahme sehen wird. Ist mir scheißegal. Jetzt dank ihm bin ich acht da. Oh, da war eine Banane. Ich hab grad nicht drauf gedacht. Ich weiß, dass er sie sehen wird. Ist mir aber egal. Denn, ich muss mal ehrlich sagen, der Alexander bestimmt dich nur rum, gell? Bisschen. Bisschen! Ich hab diesen Typ. Wenn du einen Tag mit ihm nicht skypst, rastet der schon aus. Stimmt schon ein bisschen. Ein bisschen, ne? Das stimmt nur so ein bisschen, ich würde sagen. Oh, nicht schon wieder diese Höhle. Ich würde sagen, das stimmt gewaltig. Hä? Hä? Warum wurde ich jetzt so weggeboostet, du kleiner Huzo? Alter, und ich komm hier nicht durch. Diese Runde bin ich besonders schlecht. Ich bin auch schlecht. Nochmal, Stern. Genau. Äh, ich komm hier nicht. Oh, Alter. Alter, ich bin nur siebter. Ich bin neunter. Gibt's das? Ich krieg erst mal voll. Mhm, als ob danke, Banane, Alter. Ich hasse dich. Nein, fast mit... Es gibt einfach viel zu oft... Ich hab ihn mit einem Schneeball getroffen. Was bringt ein Schneeball? Gar nichts. Warum? Langsam, warum? Ich hab dich gerade gesehen. Also... Ich hab Stern. Ich hab ne blaue Bombe. Wie hab ich grad abgelachen? Alter, ich bin grad so schlecht, ich bin nur siebter. Sonst war ich immer zweiter oder erster. Im schlimmsten Fall dritter. Ah, mein Auge juckt grad. Und ich... ... bin natürlich in eine andere Richtung. Nein, der Alex ruft an, Alter. Im Ernst? Wie arm! Wie arm, ich kann nicht wegdrücken. Ja, wegen dem werd ich's nicht schaffen, glaub ich. Ah doch, grad noch so. Das wird knapp. So. Ähm, ich guck grad mal kurz. Doch, ich werd's schaffen. Und ich bin 8 da. Ja! Mhm. Oh, ich hab... Ich hab auch nicht ne F5 Perspektive gespielt. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Moment. Ich will mal gucken, wie lang die Aufnahme jetzt war. Dann muss ich entscheiden. Ich bin auch dritter. Hihi. Oh ne, ja, dritter. Hihihihi. Ah, leider. Lol, ich hab nen Geheimgang gefunden, wo ich nicht... Okay, ähm... Ja, wenn ich mal gucken dürfte, was meine andere Aufnahme so bietet. Wie geil meine Uniform ist. Ähm... Ja, ich geh nochmal hier kurz in den Shop. Ja, dann... Ich... Ich sag da schon. Ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ne Bewertung da. Ähm... Ja, und jetzt... Das waren jetzt nicht so gute Runden, aber ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen. Lasst auf jeden Fall ne Bewertung da. Und... Ciao! Wow, wie teuer die alle sind. Ähm... Ja, ich mach jetzt auch Schluss. Ich hoffe euch hat's gefallen mit dem kleinen Mario Party... Äh... Part. Ich steh hier neben meinem Dream Card und ich sag tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!